So Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es einen lustigen Effekt und zwar die Naughty Boy von Leslie in der schönen Blisterkarte hier. NEM haben wir hier 12,600 Gramm. Das wird als Knallkörperbatterie bezeichnet. Machen wir gleich mal auf hier. Das ist ja so schön in der Blisterkarte. Oh, ich liebe es. Oh, der freut sich auch schon raus. Manche finden das ist rotz, aber ich wollte die jetzt mal testen und mir mal angucken. Hier, die Naughty Boy. Finde ich sehr schön designt. Und das kann man quasi so erklären, dass man das hier anzündet und im Inneren sind tausende Mini-Knaller, also ein bisschen übertrieben, die auf einmal zünden. Also wie eine Massenvernichtung von Mini-Knallern in Form eines Böllers. Und ja Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich dabei. Und ich bin echt gespannt, was die so können. Aber laut Informationen und laut Videos sind die echt nicht so gut. Aber trotzdem mal mitgenommen. Überhaupt vom Pyro Station, Link in der Beschreibung. Und viel Spaß bei der Zündung und bis gleich. Jetzt die Naughty Boy von Leslie. Steht hier die NAMM drauf? Ne, ne? Die Club. Nein, die NAMM steht nicht drauf. Wir werden einfach mal machen und gucken, was die sagen. Genau. Ich hab die. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Mein Gott. Oha, was ging das Beinbekommen. Aber richtig schlecht halt. Mini-Knaller. Aber hat schon ein bisschen was am Feeling, ne? So schlecht finde ich das auch wieder nicht. Ist so lustig. Ganz witzig die Zahl. So. Ja, Naughty Boy. Boah, die Schnippeln. Ja. Also, woanders. Oh, Coach. So, Entmet-on. So. 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 Vielen Dank.